So, jetzt ist es soweit, da ist unser Taxi, der geile Mann vom Oberkurser holt uns mit über dem Ski da hoch und jetzt bristen wir hoffi zum Oberkurser, auf geht's, jetzt wofle fangst du reif dich für ruhig, lieber Garten! Wir sind angeläßt, endlich sind wir hier im wunderschönen Zillertal in Tirol in der Postalm und da gehen wir Vollgas, heute mit mir, Wolf Lefank, Vollgas die ganze Nacht, freue mich schon, auf los geht's los, ein bisschen was essen, ein bisschen was schnabulieren, ein gutes Deckel, dann rein in die Postalm! von der von der von der